Hey Leute, Willkommen zu meinem ersten Video auf dem Kanal mit Zuschauer 1, Hi. Hey, Hi. Behinderung. Ja, ähm, ich bin in Jumpdown. Warum habe ich meinen alten Kanal aufgegeben? Weil mir mein Minecraft-Account gehackt wurde und dadurch würde der Hacker wissen, dass ich einen neuen habe und dann wird er wieder gehackt und ja. Das will ich natürlich nicht. Ich hasse dein verfickte, ich hasse dein verfickte schwarze, weiße Fresse, Alter. Nein, ich bin runtergefallen. Ich hasse deinem scheiß verfickte, weiße, schwarze Fresse, Alter. Nein, ich hab mir aufgefallen, um meine Schwarz. Ja, Amena Coin. Weil mir jetzt kein Gelecht. Leute, bitte, ähm, jetzt, ähm. Oh, scheiße. Auch noch gefallen? Ja. Ja, ich weiß, ich hab viele Abos aufgegeben, aber die kriegen wir wieder. Ich mein, wie viele Leute... Ah, du bist sogar ein Missgeburt. Ja. Ich weiß nicht. Achso, nee. Vorhung, ich hab gesehen. Danke, dass ich für ein Missgeburt bin, Alter. Entschuldigung. Nein. Nein. Ganz ehrlich, ich... Jumpboos, ja. Das ist jetzt sogar gut. Ja, ja, das war sogar gut. Das war... Was? Hex, Hex. Ja, Report. Slash. Nee, nee, das geht nicht. Ganz ehrlich, Haken, Scheiße, nein. Amena Coin, ja, richtig. Richtig so, nein. Das ist die zweite Map. Die zweite beschissene Map, Alter. Wo ich wieder die Schwarz-Weiß-Fresse sehen muss, Alter. Ja. Du mit deiner... Danke schön. Ich hab deine Scheiß-Fresse. Guck dir die mal an. Hi. Ah, nein. Nein. Deine Scheiß-Weiß-Schwarze-Fresse, Alter. Ich hab dich gereicht, ich hab dich gereicht. Okay, dann hast du keine Schwarz-Weiße-Fresse. Ja. So. Die Abonnenten kriegen wir auf jeden Fall wieder, da bin ich mir sicher, ja. Es kamen auch nicht regelmäßig Videos. War es da schon 25 Blöcke bei 20 Blöcken? War es 13? Ich bin gerade dabei. Was? Was? Ach, Revis Mutter, die kenn ich, die kenn ich, die kenn ich. Die kenn ich, die... Die ist immer in der Lobby mit Flikes, die kenn ich. Die wurde schon 1000 Millilie an Mal reported. Sie war, es war ein Supporter, wo die, ähm, einmal tempernt. In ihrem Ultratalent, also, bei einem Ultratalent im Hintergrund des Videos. Wurde sich schon mal gebannt. Wo ich hatte drei Runden? Ich auch. Ja, mein Wunder. Leute, ich wollte euch sagen, wer ich bin. Also, wie ich aussehe. Also, jetzt sieht ihr ein... Ähm, zieht ihr ein kleines... Nein, ich will erst mal. Jetzt rein, das Video von mir. Ja. Halt dein Maul. Halt einfach dein Maul. So, so sehe ich in ReLive aus, Leute. Also, nicht denken, ich lüge mich an. Junge wärs da behindert im Hintergrund. Das ist nie Beatm-C oder so. Ja. Der ist behindert. Ich bin erster. Der Mutter ist erster, du bist er. Der Mutter ist erster. Ist so. Torben, Scott, ich sehe das hier. Hi. Ah, die fresse, Jona. Als ob direkt. Report. Yo, wie ich gerade abgehe. Wollt ihr eine Runde, schnell eine Runde? Torben, ich bin jetzt mal. Torben, ich bin jetzt mal aufs Vorlesen. Guck mal, ich bekomme, vielleicht kriege ich noch eine Wärtschrunde vielleicht. Ja, Leute, das war nur ein ganz kleines Video. Ich wollte euch sagen, dass ich einen neuen Kanal habe. Wieso, warum, ja. Das war's mit dem kleinen Video. Bis zum nächsten Mal. Haut rein und tschüss. Tschüss.